meine damen und herren sie hören die zwei es ist wieder sonntag und mein kollege fleischhammer ist auch dabei guten tag hallo na na ich freue mich zu einer neuen folge podcast sind nicht im kinderprogramm nicht ja gut doch schon aber wir müssen ja seriös wirken also mit die zuschauer auch so ja ja das war's dann schön dass sie wieder da sind zu einem neuen podcast hier du hast der neuen heimat oder ich aus der neuen heimat ja erster podcast aufgenommen in brandenburg meinerseits also du ja nicht ich mache dich lauter und du gehst das mikrofon ja ich habe es jetzt schon wieder geändert jetzt hier platz und hat jetzt platz weil er sitzt nicht mehr im wohnzimmer nee 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 der feine hat ein eigenes studio also kannst du fast mit holzdecke und hier auch gitarren neben mir und verstärker und das heißt du kannst gast geben und vielleicht jetzt nicht um die zeit nee das sollte ich lassen ja hast du hast du eine lüftung über dir ich sehe das so ist hier da da direkt da nee nee da wo mein finger ist also ich weiß nicht wo das bei dir zeigt also einem kopf praktisch irgendwas weißes an der decke ah das ist der rauchmelder der höchste nur der rauchmelder wegen der holzdecke falls die holzdecke brennt hier ist tatsächlich der vorbesitzer hat hier sehr viel holz verarbeitet aber er muss sozusagen es ist jetzt nicht dieses ganz ganz hässliche holz aus den 80er das geht ja aber die anderen waren schon so holzig ja dieses hässliche ja war der war der vormittag der der alte besitzer auch holzig ne der war ganz in ordnung eigentlich also ja normal das ist immer das haus bestand so aus wie soll ich sagen also gegensätzen einerseits holz andererseits gold armaturen weißt du so gold armaturen im bad gold ja 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 so ganz leichter ansatz also dein stil das ist nicht so mein stil nee gold nicht ja da lachst du komisch mein stil ja ich finde gold armaturen stahl rost unbehandelt ja das ist schon schwierig also ich kann mich erinnern dass in unserer jugend ganz viele leute das holzdecken so in waren oder diese schaumstoff styroporplatten die man in so am besten noch in form gepresst das ja ja richtig stück mäßig stück mäßig aber der billige stück dem papa sich leisten konnte stück hast du auch eine bar im keller nee halt nicht nee aber ich hätte hier so viel platz im raum könnte ihnen hinstellen ja rein theoretisch aber ist eine große couch drin also die war voll bei uns im wohnzimmer die casting couch die berühmte ist riesig ich bin youtuber kommt noch mal mit ich würde meine frau mal dahin haben was doch in ordnung ist was wir jetzt auch unterstützen ein schatz gar kein problem also das mache ich kein casting die die nur so gucken kaum die wollten die sonst nicht bei dem fleischermann gucken ach ja da steht schon wieder drei drei vorne wie viel weiber zu wenig zeit so um den chauvinistischen spruch des abends so haben wir jetzt auch durch damit es auch so beruf ist ruiniert ja wie ist es in brandenburg ist ja nur richtig dorf ging über hamburg stadt und der stadt du warst ja du warst ja mitten in der city na also quasi ja 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 ganz früh als uns kennenlernen da war ich in pauli gewohnt ja aber das tschuldigung aber dass du denn für ein glas kläne das ist ein glas weiter da ist ein henke angeschraubt an so ein drei liter bottig für einweg glas so groß ist nicht ich zeige es gut aus die meisten kennt aus dem stream ich habe so einen großen becher da passt ungefähr sieben 50 milliliter oder so was rein oder halten also mehr als eine halbe liter würde ich sagen ja aber kann man ja muss man nicht so oft aufstehen und wenn es leer ist kannst du kannst wieder voll machen also hier ist halt wirklich das schöne dass das kind raus gehen kann das und sofort nicht überrollt wird genau ich gehe nicht raus aus meiner mietwohnung drei stadt runter und stehe an der straße sondern auf einem grundstück wurde würde einfach tun und lassen kann man da will und da hat auch bock drauf und man merkt schon dass auch das kind sich total wohl fühlt ja das ist schön ist gut ja auf jeden fall also das hat mein vater auch damals gemacht als wir so jetzt waren wir da vor fünf und bruder ungefähr drei da sind wir auch aus der stadt rausgezogen aufs dorf ja und jetzt nicht in haus aber eine große wohnung und hatten damit als kinder unsere gesamte jugend die möglichkeit rauszugehen staudämme zu bauen in den feldern zu spielen kram halt ja ja genau im maisfeld der wald ist wirklich quasi gegenüber da kannst du dir kannst du dich ausleiten meine frau muss ich daran gewöhnen dass hier auch ja noch mal viehzeug jetzt drin ist halt ne also es kommt halt schon mal vor dass der käfer auch wenn man den weg findet in die wohnung rein möchte in die warme wohnung ja klar das ist normal habt ihr habt ihr einen fluss oder oder ein bächlein um die haben sogar ein see ja dann viel spaß im sommer ja so nah ist er denn doch okay nee aber äh gegen den mücken meins jetzt und so ja ja genau ja aber das wird schon das also daran müssen wir uns dann wahrscheinlich hundertprozentig gewöhnen das ist schon was anderes in hamburg da hast du nicht mal mehr spinnen also das ist ja weil so das ist ja alles tot ja ist ja alles tot ist ja alles tot aber aber eben fliegen geht da überall an die fenster haben wir bei uns auch bisher nicht aber wahrscheinlich aber kannst du dann machen ja das klar das auf jeden fall hat in den schlafzimmern gerade wenn der junior da wird er nicht die nacht wieder irgendwelche fliegen jagt früher habe ich das immer gemacht hat mich die nacht so eine mücke eine mücke eine mücke im raum ja was macht man da ich habe sie schafft im dunkeln die zu ich habe immer so immer also ich hatte die hand neben meiner wange und dann karate-kit mäßig hink sie auch hier und da war mal gefangen ich habe sie einfach sitzen lassen und habe mich selbst geschlagen weil das sogar richtig das hast du ja immer eingeredet um den eigenen stolz wieder zu finden nein ich habe mich nicht selbst geschlagen nein mein schatz ich habe die spinne die mücke ja oder du sagst deiner frau naja wenn so viele mücken da sind müssen wir ein paar spinnen ins haus lassen ja es ist nicht widerlich muss ich sagen also auch wenn sie nützliche tiere sind in der garage all das kann ich dir sagen ich habe meiner frau die noch nicht gezeigt die ist jetzt auch hinter den ganzen in der garage ist so voll mit kram ja und ich weiß aber genau wo sie ihr haus hat hey das ist ein monster ich mache letztens im netz verendet verendet also ich mag ja diese ganz großen spinnen wir hatten früher wir haben in einer wohnung auch auf dem dorf gewohnt und hatten so spinnen wo der körper relativ dick ist also wie so ein daumen und so auch so relativ dicke schwarze beine also nicht haarig sondern einfach so ein dickes vieh ja und die willst du auch nicht kaputt schlagen weil die machen solche flecken und heutzutage nehme ich dann eher ein glas wobei wenn die dann anfangen zu petzen dann ist auch irgendwie feierabend da gibt es für staubsauger gibt es einen aufsatz spinnenaufsatz da kann man auf staubsaugerrohr stecken dann werden die praktisch eingesaugt aber nicht in den schlauch bis rein und selber nicht zerhäckselt sondern die werden einfach in so ein in so ein behältnis rein den du dann wurde so genau wie so eine art greifer wie so ein ventil habe ich irgendwo gesehen ich erinnere mich nicht mehr wo staubsauger spinnenaufsatz wird sich finden lassen was nicht also kannst du alles geld machen ja ja das ist ja auch gefahr in verzug ne da ja genau ihr habt zu ihr sagt schatz hier ist nichts giftig und du bist viel stärker als der käfer gut das haus jetzt abzubrennen war betrieben aber zumindest die spinnen nicht mehr das willst du mit dem hammer genau aufs neue laminat ich finde es mir geil wenn du in diesen videos diese diese fail videos oder funny compilations wo du dann siehst wo jemand eine spinne fangen will und steigt auf so eine leiter rauf und will sie dann mit irgendetwas einfangen also oben an der decke wohlgemerkt die spinne lässt sich dann halt einfach fallen und dann ist die panik da und dann weißt du dann fällt man dann so runter wird man dann so runter samt spinne und weiß nicht wo sie ist und ja geil ja spinnen sind toll überhaupt das ganze viechzeug da naja überhaupt wir haben jetzt fast zwei wochen nicht aufgenommen ne stimmt ja ich hatte mir am letzten wochenende gedacht hä nehmen wir jetzt auf oder nicht wir hatten ja am voraus genau wir hatten letztes wochenende schon vorher aufgenommen habe ich habe die zeit rumgebracht ich war krank ja der teig auch erst spät mit gekommen dass du ja krank war es ganz schlimm war ganz schlimm nicht aber von war schlimm montag bis feiner hatte ich durchgehend fieber fünf tage fieber war schon fünf tage hat man so lange fieber ich habe das hinbekommen also montag hat so leicht begonnen so am nachmittag habe ich gefroren also ich habe hier im home office gesessen und dachte dann so wie ist mir kalt und das ist ungewöhnlich also weiß ich jetzt ja hier mal am schreibtisch wo ich auch meine streams mache und es war mir unheimlich frisch ja und dann hatten wir montags immer der freie tag also was war das für eine donation das war komisch der freie tag wo wir praktisch dann gemeinsam zeit verbringen meine frau nicht ja und ich halt nicht streame oder nicht aufnehme oder sowas in der art montags ist das und ich war auf der couch und habe gesagt was mir kalt ist ja die frau sitzt neben dran so normalen pulli und ich denke so ich könnte noch zwei decken drüber legen habe ich schon gedacht dann war ich dienstag war ich noch arbeiten habe morgens gemessen hatte 37 2 und ich habe normal 35 irgendwas also 36 genau mein herz kalt ist ja schon klar und habe dann aber weil ich so kopfschmerzen hatte von der nacht habe ich eine schmerzablette eingeworfen und die hat das fieber halt dann runter gedrückt habe ich so im nachgang dann geblickt und nachmittags auf arbeit so überhaupt ein uhr hat das nachgelassen und schieber kam und ich habe so schüttelfrost gekriegt war draußen relativ kühl so irgendwie um die null grad drei grad rum und bin ins auto und konnte kaum den startknopf jedes system war es im auto wurde nur ein knöpfchen drücken muss starten ich konnte kaum den knopf drücken ich habe den kaum getroffen weil ich so ein tat er hatte dann bin ich nach hause unter drei decken erst mal gepennt und dann abends hatte ich auch schon 39 schieber oder sowas das ging dann wirklich bis freitag eigentlich durchweg bei 39 ablieben oder 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 war da 38 NO Ѯhr sondern aber es war fieber und es immer ganz gut dass der körper sich dadin währt indem wir kein fragen aber hast du dann dagegen das fieber genommen wurde ja nicht so sollte man eigentlich auch nicht also ich habe an dem jetzin über der saat Auch thiag hat kopf Schmerzen deswegen habe ich halt die kopfschmerzenesseplatte genommen und die hat drückt ja auch das fieber und da und deswegen habe ich so aber welche kopfschmerzen oder hast du da so ibuprofen war das ja auch trägt paracetamol oder so was nicht verträgt die nur ivo vertragen weil die genau weil die paracetamol machen das nicht könntet nicht dann hatte ich wirklich zeit und nicht pennen und rücken und dings und hat auch immer so ein reiz husten so das hat damit hat schon angefangen hatte ich ja schon lange ja vorher genau da war es so und das ging dann richtig die ganze zeit los und dann der samstag danach war so dass ich dann auch langsam abpusten konnte dass das halt nicht mehr trocken war und das habe ich jetzt bis heute eine woche noch aber jetzt geht es mir langsam besser also ich bin jetzt nicht mehr so geredet und jetzt mal langsam wieder arbeiten also zu hause rumliegen das macht die ersten also krank sein sowieso ist nicht der spaß aber dann weißt du wenn du dann so nichts machen kannst und ich habe wirklich alles leer geguckt ich habe youtube durchgeguckt ich habe ich habe den kit boga habe ich geguckt den haben wir eines abends auch geschaut so ja klar amerikanische ja ich hatte so viel zeit ich habe einfach meinen meinen algorithmus hat mir immer wieder neue videos reingespielt und da ist ja immer noch dieser lockpicking leuer da dieser der alle möglichen schlösser knackt und das auch innerhalb kürzer zeit was mich echt erschreckt weil da hast du ja das super hightech schloss und er macht das ding in auf also selbst wenn es kompliziert wird braucht er macht ja so ein safe auf innerhalb von sekunden so das ist man ist das gefährlich und ich überlege immer so wenn die ganze zeit diese videos guckst ob nicht da irgendwie mal so der bnd auf dich aufmerksam wird weil du hier so schlösser knack videos guckst ja und dann glaube ich nicht nein aber es gibt bestimmt leute die sich da sage ich jetzt mal ihre also wenn das wirklich man sieht ja dass es wirklich teilweise leicht ist und er hat ja schlösser die auch massiv sind und ja ich glaube ich habe ja von erzählt von diesem super bügelschloss wo andere im motorrad mit absichern und solche sachen ja das ding macht ja nichts auf und diese schlösser haben ja schon so sicherheitsmechanismen drin dass solche scheiben drin sind die sich irgendwie verdrehen so ein anti knack schutz sozusagen und und der hat dann trotzdem ein tool wo diese scheiben dann auf distanz gehalten werden und kann dann trotzdem hat er wie so ein aus wie so ein kreuz aus aus edelstahl wurde dann da irgendwie rein geht und dann ja click on the tool dokumentiert ja auch ja ja also das sind ja immer so stäbe eigentlich nur die so raus gucken und genau muss man nur zu gerissen man hält die quasi fest indem man das schloss drehen will so genau ganz merkwürdig haben ja krass ja den habe ich guckt kit boga muss ich sagen bin ich echt der sucht verfallen den habe ich glaube ich drei tage am stück geguckt also erst seine youtube videos dann habe ich mir sogar die video dies also video on demand also die aufzeichnung seiner streams angeschaut auf seinem twitch kanal und der ist nicht klein der hat glaube ich auf youtube hat er amerikanische größe ist ja noch relativ klein dreiviertel millionen 750.000 770.000 oder so und auf twitch hat er aber auch ordentlich glaube auch um die 700.000 als wir den setzen sie guckte haben wir auch 10.000 leute zu ja der hat auf jeden fall publikum mehr und für die leute die nicht wissen wer ist also kit boga k-i-t-b-o-g-a kit boga wenn wir vielleicht mal den den link in die beschreibung machen der troll scammer scammer sind leute meist ja bis eigentlich zum großen teil sind indische callcenter die anrufen und behaupten sie sind von microsoft und du hättest ein virus auf dem pc das microsoft refund center also ja solche sachen und die dann versuchen die leute abzuziehen auf verschiedenste methoden also die angeblich zu viel geld überweisen dann sagen muss das wieder zurückzahlen aber nicht in form von geld was ja der schlüssigste und logischste teil wäre nee du sollst irgendwelche gut haben karten kaufen dann bei den amys target cards oder google play cards oder so ein kram dieser junge mann hat sich als aufsache aufgabe gemacht dann da die leute zurückzurufen zu verarschen er hat entsprechende webseiten präpariert wo er praktischen fake konto hat ein fake google playstore wo er sachen aktivieren kann damit diese scammer die halt das geld erwirtschaften wollen da so abflippen und sagen gottes willen nicht einlösen und er macht praktisch roleplay spricht fischer verschiedene stimmen also eine alte lady mädel einen alten mann und so weiter und macht halt die lady habe ich gehört ja das ist ja wirklich richtig gut also mit diesem sound effekt drauf ich habe mir also der ist wirklich macht super geiles roleplay und wenn man muss halt englisch verstehen dass das problem also wenn du kein englisch verstehst ist das natürlich noch halb so unterhaltsam das ganze stream teilt regelmäßig und streamt auch immer recht lange so vier fünf stunden und klappe dann die verschiedenen callcenter ab und denkt sich dinge aus ist extrem spontan und meist echt massiv unterhaltsam will die zeit klauen das ist ja genau es geht darum in zeit zu klauen und wenn es halt rauskommt dann sagt er auch hey ich habe zumindest vier stunden der zeit verplemter dass du niemand anderes abziehen kannst und fallen unheimlich viele leute drauf rein hat auch wiederkehrende sachen also hat irgendwie so 36 stunden mit den leuten insgesamt telefoniert in verschiedene etappen der wahnsinn und ja auf jeden fall eine riesen empfehlung wert wir würden jetzt hier mal den twitch kanal verlinken da könnt ihr mal reingucken aber auch youtube ist ja unter einem ähnlichen namen zu finden ich hatte das gesehen also klaas hat das schon mal gemacht klaas auf der umlauf ja der hat auch da er hat sowas auch gemacht und den diesen leuten die ihre zeit geklaut und die aber auch am ende das immer immer hart beleidigt ja das machte also das machte sie hat muss man sie bleiben natürlich also er macht das ja um die leute aufmerksam zu machen und sagt auch hey du hast doch viele talente warum musst du das jetzt machen und warum kannst du da nicht den anständigen beruf machen ja die leute sind ein timer ich glaube wir haben vier minuten noch also ich noch warum fragt er mich nach meinem teil genau podcast 4 minuten 50 müssen mich kleinen cut machen heute zum ersten mal machen wir einen cut ja ich muss mich ein brot aus dem ofen holen aber ein glutenfreies brot gebacken du bist jetzt bäcker geworden ich war ja schon eine weile jetzt meine frau hat diese diese manne kannst du dich mal konzentrieren ja schwierig meine frau hat diese neue allergie in für sich entdeckt ja ein trend diesen diesen trend diesen trend mit dem glutenfreien und nee also tatsächlich hat sie da energie schlimmer als laktose und laktose war sie auch schon immer ja und deswegen muss ich so ein glutenfreies also weizenfreies brot backen müssen wollen irgendwie muss man ja die ganzen alten pt-flaschen verarbeiten happy wife happy life sage ich immer ja wenn du willst happy wife hat gesagt die zwei magischen worte seiner ehe ja schatz das geht doch relativ fix sollte man nicht glauben und klub so ein könnt ihr auch ja tatsächlich also wenn du jetzt eine gewisse routine hast dann schmeiße ich dir den teig da in zehn minuten hin den klatschig hier rein aber wenn du willst kann ich dir auch alle möglichen arten von kernen rein basteln und dann musst du ja ein bisschen gern und dann kommt ja eine stunde in den ofen und wir haben jetzt einen ofen mein freund also nicht dass wir jetzt auch wie grundlegend gehst du schon wieder ins mikrofon frage nur du kannst auch dranbleiben dann drehe ich dich leise wir haben jetzt einen ofen der kann auch dampfen von haus aus den füllst du wasser ein und dann hat der unten ne nennen wir es mal ventilator und dann füllt er den den raum mit wasserdampf und so der pöbel stellt eine kleine schale mit wasser in den ofen damit gebe ich mich nicht mehr zufrieden jetzt bei hausgrundbesitzer ich habe jetzt auch ein induktionsherd ja und äh hast du sowas auch nein induktion wir haben ganz normales innerhalb von sekunden ist das wasser am kochen ist unfassbar ja klar weil nicht erstmal das ganze durchdrungen werden muss so eine kalte pfanne das ist so krass da muss man sich echt dran gewöhnen ja und die platte ist null heiß ja sie wird dann heiß wenn der topf längere Zeit steht na klar aber sie kühlt dann auch entsprechend länger aus äh schneller aus ähm ja ne wenn wir Brot gebacken haben haben wir einfach so eine kleine so eine dessert schale mit Wasser einfach in den ofen gestellt das ging genauso also damit einfach ein bisschen Wasserdampf verdampft damit das Brot nicht austrocknet ja aber es ist halt nicht dasselbe ne klar ne hab ich doch bis vor kurzem auch gemacht die hat ja auch nur ein Umluft ja und da backst du ja schön das Brot und das musst du jetzt in zwei Minuten machen eineinhalb Minuten ne dann muss ich es rausholen nur das ist fertig dann ja kam jetzt ein bisschen spät äh dazu aber ist das nicht so dass das äh also ich bin ja immer so gegen diese exakten Zeiten natürlich kann das eine Richtlinie sein aber zum Beispiel unser Ofen wenn du da sagst wenn da drauf steht Brötchen aufbacken äh bei weiß ich 180 Grad äh 10 Minuten dann ist das zu lang also dann sind aber nur 8 Minuten reichen also das unser Ofen ist das ist ein Erfahrungswert mittlerweile die Stunde das sind jetzt ungefähr 55 Minuten das ist ein Erfahrungswert jener hat dem wie voll äh mein äh äh Brot du hast ja einen Rauchmelder da also von daher macht er keine Sorgen das ist kein Problem der kann auch löschen der Herd der Herd und spült ab der spült das auch ab ja der reinigt sich von innen dann kommen so kleine Roboter raus die fahren dann so lang und die machen ja genau ich glaube dass du jetzt ein bisschen spinnst kann sein wird leicht ich würde jetzt die Pause beantragen genau wir hören uns gleich wieder ihr könnt mal bei Kate Boga reinschalten bis gleich so das ging aber schnell Brot schon gegessen Sekunden ja Brot schon gegessen ich habe es noch zwischen der Zähne sagt ja ist gut geworden einwandfrei perfekt ich mache das immer in in Kokosmehl also die 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 Form fülle ich mit ein bisschen Öl und dann Kokosmehl drumherum damit es wieder rauskommt das nicht unbackt ja und es riecht so schön Kokosmehl riecht so gut finde ich äh Kokosmehl mhm ah ich war jetzt bei so Kokosflocken ne ja ne ich verstehe im Prinzip schon also sie werden Kokosflocken sein aber so klein gehäckselt und ihr trocknet das jetzt eine Art Mehl ok ist auch gut für wenn du jetzt ähm wie heißt das ähm no carb low carb machst nicht no carb low carb und da Kokosmehl das ist praktisch gemahlene Kokos Nuss Nuss Kokosfleisch ok aber halt vorher wahrscheinlich getrocknet gehe ich fest davon aus ja klar gehe ich aus von fest ja jetzt bist du low carb unterwegs nein deine Frau ne nicht low carb Gluten Gluten no gluten no gluten no gluten ja ja es ist halt eine 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 Krux der modernen Gesellschaft ne Allergien Gluten ja weiß ich auch nicht ja also bei Laktose ist es schon so dass wenn du Laktose intolerant bist dann bist du eigentlich ein normaler Mensch ja genau ähm oder hatten wir das mal festgestellt weiß ich gar nicht mehr ja hatte ich mal erzählt oder hatten wir mal gesprochen drüber ähm ja ja Gluten ist natürlich irgendwie der Mensch ist eigentlich jetzt erst über die Jahre so dass er ähm Milch verträgt aber eigentlich könnte das nicht aber naja es ist ja heutzutage ist ja hier es ist heutzutage ist ja umweltsau und umweltsau achso ja 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 alles schwierig über alles wird sich aufgeregt und alles wird auf die Goldwaage gelegt ja ne jegliche Aussagen auch die hier im Podcast getätigt werden oh ist so tut es weh nein hast du da Briefe nach Hause nein 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 aber ich selber bin halt ein Typ ich lasse ja schon ganz gerne mal einen Spruch oder sowas ne ja und ähm ich es ist ich finde es immer schwierig wenn man dann sich für alles rechtfertigt oder weißt du alles so auf die Goldwaage legt auch wenn man weiß dass der Typ im normalen WM einigermaßen gerade austickt ja das ist was ich meine also ich glaube der diejenigen die unseren Podcast hier verfolgen wissen schon dass wir eigentlich äh relativ normale Typen sind die kennen unsere Richtung so ein bisschen ne genau die wissen ungefähr was dabei rumkommt und und auch die Leute die man jetzt sagen wir mal im Stream so mitnimmt die wissen auch was sie erwarten können und ähm deswegen selbst wenn wir uns mal irgendein Spruch rausrutscht oder ne rausrutschen eigentlich nicht sondern wenn wir irgendeinen Spruch lassen weiß jeder genau was gemeint ist ja ja es ist halt schwierig für Leute die uns nicht kennen ja klar letztens hat sich jemand geäußert zum Beispiel als wir über ähm den Lobrecht gesprochen haben und das ging mir stark weißt du hier den ja den Pumper mit einem bösen Blick und muss anscheinend ein riesen Fangirl gewesen sein war eine Dame die dann auf Twitter uns verlinkt hat und hat gesagt ja sie hätte die Folge gehört und äh also wir wären vorgeschlagen worden oh ja ja und ähm unpassend ja ja wie wir und wenn wir äh wenn man äh Felix Felix Lobrecht als Pumper mit bösem Blick sehen würde hätte man sich zu wenig mit dem beschäftigt was ich interessant finde weil ja es ist richtig die Aussage aber das ist ja trifft ja auf alles zu also wenn du irgendwie ein Urteil bildest das ist ja der Ersteindruck ne ich glaub darüber haben wir auch irgendwo gesprochen ja also ich ich hör die ja nur gar nicht und kenn ihn ja nur vom vom Sehen so irgendwo und ich hab ihn da zu dem Zeitpunkt ein paar mal geguckt ich fand ihn als Comedian maximal unlustig also weiß ich ich fand die Gags nicht gut aber da haben wir ja auch schon drüber gesprochen in einer der späteren Folgen dass Humor und das Lachen auch so eine Sache ist ne wo man jetzt nicht unbedingt drauf abgehen muss ja und ähm gerade auch wenn du dann da kannst du nur von dem Ersteindruck leben ja und wir haben auch glaube ich so darüber gesprochen wir haben ja nicht gesagt der Typ ist ein Arsch oder sowas in der Art sondern kommt einfach unsympathisch rüber das ist der erste Eindruck fertig ja natürlich mag er sympathischer sein aber ich fand es halt immer irgendwie niedlich dass jemand der das vorgeschlagen kriegt und wenn man dann das Heiligtum da beleidigt oder vermeintlich ähm äh zu einfach betrachtet ne dass dann sofort die sich die Arbeit gemacht wird einen Tweet darüber abzulassen mit uns beiden verlinken mit die zwei und auch Felix Lobrecht damit er auch sieht was die zwei ist ja schön eigentlich so ist ja das könnte ja auch ein Schub sein hat dafür gesorgt dass diese Folge ungefähr das doppelt an Aufrufen hat im Vergleich zu den Folgen davor ist so ja 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 und so ist unsere Folgen sind nicht groß wir haben ja keine Reichweite ich meine wir wir nee dann müssen wir noch mehr irgendwelche Leute an Positionen ne genau Name-Dropping weißt du und dann beleidigen und dann einfach irgendwelche machen uns aus dem Hut ziehen absolut ganz genau und wenn du dann siehst hier wir haben so zwischen 700 und 800 Aufrufen auf den alten Folgen und die hat halt hier irgendwie 1300 Aufrufen und halt schon auffällig mehr krass ja deswegen habe ich jetzt gemischtes Hack auch einen Titel übernommen ähm 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 nee bei dem bei dem Thema wir haben letztes Mal darüber gesprochen wie es aussieht wenn wir praktisch die Titel benennen ja also wenn wir die Folgen die wir bis jetzt aufgenommen haben gerade die frei nach Schnauze die hießen ja immer frei nach Schnauze Themen nach Wahl und ich habe das jetzt rausgenommen ja da steht zwar dann am Ende nochmal so leerstrich leer frei nach Schnauze 15 oder sowas in der Art einfach um so ein bisschen da einen Überblick zu kriegen aber davor steht immer so ein Potpourri an Schlagworten oder beziehungsweise an Themen auch das was so ein bisschen im Klappentext da drin haben zu den Folgen und da steht ja zum Beispiel wir mit Schussack Comedians Humor und Urlaubsziele das ist jetzt diese Folge ja wenn wir jetzt anfangen Name-Dropping zu betreiben und sagen ach dann müssen wir immer ja dann machen wir nächsten Mal Till Reimers dann müssen wir uns über andere Podcaster noch Olli Schulz das wäre ja ja genau fest und flauschig so eine Sachen fest und flauschig dann geht glaube ich niemanden also zumal ich ja euch cool finden die beiden Olli Schulz ist immer so ein bisschen der war so ein bisschen so der ist so ein bisschen so der also beide sind sehr so die Anecken ja also man weiß ja nie was er gerade meint also ob er witzig sein will oder nicht also ich glaube ich könnte den nie einschätzen dass er ernst ist oder so und Olli Schulz ist so dieser Musiker weißt du der immer die abgefahrenste Musik raushört und alles immer betrieben geil und ja ja der ist so zu begeistern so krass begeisterungsfähig irgendwie süß ist er finde ich ja ja der hat auf jeden Fall jetzt habe ich was dir sagt Olli Schulz ist süß ja nee also Benni liebt Olli Benni ich habe eine Platte von Olli Schulz hier in meinem Plattenschrank habe übrigens Plattenschrank in meinem Büro der macht echt gute Musik Olli Schulz in der Hund Marie heißt das das ist die Band sehr schön okay ja der hat auch immer Vorschläge von Künstlern die ich mir auch anhöre oft kann ich dann nichts mit anfangen weil es kommt bei mir nicht so an also wie er das praktisch dann fühlt wahrscheinlich die Musik oder sowas aber sehr oft hast du da auch gute Tipps dabei also was er so hört ich hatte zum Beispiel letztens eines kann ich auf dem Handy nicht gucken wenn ich jetzt Spotify starte drehe das Ding glaube ich durch oder kann ich Spotify ich starte mal Spotify entweder kommt das Musik la 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 geh mal nee das spielt nicht ab bei mir spielt er nie Musik nein nein macht er nicht ich habe noch Angst du hast jedes Mal Angst jedes Mal neu immer 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 so meine Schasamtitel und zwar habe ich ähm Wild Stare also Wild wie Wild und Stare Stare äh Giant Rooks ne Moment Giant Rooks Giant Rooks ist ein Künstler ist ein Band oder ein Band ja fand ich gut richtig cool ich glaube das war der oder war das bei Shazams äh ne die sind vom letzten Jahr ne müsste es dabei gewesen sein und was ich gehört habe eine Frau mit einer unfassbaren guten Stimme leider oder das Problem ist immer die macht halt sehr poppige Musik und deswegen höre ich mich da nicht rein weißt du also da fehlt bei mir dann immer so der Moment da möchte ich das auch gar nicht weiter hören aber ich habe das gehört und zwar Sia Sia heißt sie Sia S-I-A ne kennst du nicht Sia die ist immer mit so aufgetreten die hat immer so so eine Perücke auf die so ganz blond ganz schwarz und so in der Mitte so geteilt die hat immer die und die Perücke ging so bis an die Oberlippe man hat praktisch immer nur den Mund gesehen ach du meine Güte ja ja so ein wie heißt sie Dingsverschnitt ja so ein Bobcap egal ne wie heißt sie wie heißt der Song den in dem Fall also wir haben verschiedene gehört aber das war Chandelier oder Kandelier Chandelier oh Gott super gut und in dem Zuge haben wir uns Musikvideos auf YouTube angeguckt also um von der ein bisschen Musik zu hören weil die hat eine unfassbar krasse Stimme also von der Stimmfarbe her so die bricht so die Stimme das finde ich so geil wenn es wenn die Stimme nicht so klar ist weil du kannst ja Sänger ersetzen ja wenn sie zu glatt sind dann ist sie total blöd zu austauschbar aber du brauchst halt diese die so wie Henning oder so weißt du so von Annemai ja ja genau du musst irgendwo kratzen irgendwas musst du haben ja und die hat ein Video gemacht Elastic Heart das ist mit Chia Leboeuf das war schon von 2013 in ein Musikvideo was sehr skandalös irgendwie damals ankam ja weil diese Sia die hat in dem Video immer so ein junges Mädchen oh Gott jetzt weiß ich wieder nicht wie sie heißt können wir uns erst noch drüber unterhalten äh Kenty Klamar kann das sein nee wie heißt sie dann auf jeden Fall wieder so ein junges Mädchen was dann immer tanzt also das ist so eine so eine Balletttänzerin also die von der Jugend auf schon ziemlich lang getanzt hat und die tanzt halt in diesem Elastic Heart mit Chia Leboeuf und das ist so ein Chia ich krieg da Entschuldigung ich musste sagen das ist kein Problem und die sie tanzen halt gemeinsam in einem Käfig und das ist so wie zwei Tiere die und dieses Video hat ein Ende wo ich echt heulen musste also wirklich so krass gespielt von Chia Leboeuf der ist echt gut Alter also wirklich wenn du auf gute Schauspieler stehst und empathisch bist und guckst dir das Ende von des Videos an und du hast kein Kloß im Hals hast du ein Herz aus Stein muss man sagen also weil der spielt das so gut also in dem Video das kennt bestimmt wahrscheinlich jeder ich hab's halt da zum ersten Mal bewusst geguckt und war total beeindruckt von dieser schauspielerischen Leistung und auch in der Verbindung mit der Musik es geht praktisch darum dass die beiden in diesem Käfig sind und entkommen wollen er passt halt nicht durch die Gitterstäbe aber dieses kleine dünne Mädchen passt halt durch die Gitterstäbe und er verzweifelt da drüber und unfassbar unfassbar krass also wie der das spielt diese Emotionen am Ende diese Verzweiflung in den Augen also ohne was zu sagen hat mich umgehauen muss ich wirklich sagen also was jetzt? dein Handy ist weg irgendwie nee ist nicht der ist noch da okay war eben weg das Bild irgendwie du hast irgendwie eine glaube ich wiese WLAN Verbindung ohne statt Gefühl naja nee ja auf jeden Fall dass das das Elastic hat ich glaube dass das packe ich auch mal in die in die Videobeschreibung also als als musst du gucken das ist ja wirklich sie ist ja total dünn ja so das ist halt ein junges Mädchen die war glaube ich um die um die Teenager Alter oder sowas in der Art und man hat das halt damals weil die halt so tanzen Mann mit kleinen Mädchen tanzt hat man das halt direkt wieder irgendwie in die pädophile Szene da oder irgendwie reingedrückt diese Ecke reingedrückt und ich guck dir das Video an also da musst du aber schon echt hart eine komische Vorstellung haben oder sowas naja ich find's überhaupt nicht schlimm ich find's eher Kunst das ist wie Ballettsäne das ist Kunst ja das ist einfach Kunst männlich und das hat nichts mit ganz merkwürdig ich find's immer wieder schwierig wenn die Leute sich da so ähm ja Typ also Shia LaBeouf er hat ja auch hier gerade einen neuen Film wo er auch schon Regie geführt hat also zwei so ja immer mit so einem Down-Syndrom Gegenpartner also nicht ich weiß gar nicht wie der heißt grad aber und eben da spielt er seinen Vater und äh das war irgendwie so ein Grund warum er früher so komisch war der war ja so der war ja total durch den Wind irgendwie und jetzt erst ist er irgendwie auf eine gerade Linie geraten Honey Boy heißt ja eh ne Film ähm und äh nee Honey Boy ist ja da ist ja Film wo er seinen Vater spielt und ähm der hatte ein ganz zerrüttertes Verhältnis mit seinem Vater und so und deswegen okay und äh hat darüber jetzt sozusagen einen Film gedreht und äh seitdem ist ihm sozusagen jetzt ist raus jetzt ist alles gut weißt du und äh versteht sich mit seinem Vater ich mag den Typen unfassbar gerne also in dem Video in diesem wie gesagt in diesem Elastic Heart ich fand ihn schon immer einen interessanten Schauspieler weil er ja auch durch diese Videos aufgefallen ist so dieses Dude weißt du diese komische Mie was dann so und ähm aber in diesem Video ich kenne das halt nicht das Ding ist halt von 2013 das ist halt sieben Jahre her und es ist so unfassbar gut gespielt also das würde so nehme ich ihm halt sofort ab ja und ähm diese Verzweiflung in den Augen die du siehst und einfach unfassbar saugut gespielt also Hammer habe ich mir auf jeden Fall mal hier als Link in die Videobeschreibung reingepackt beziehungsweise in die Podcastbeschreibung unfassbar gut ja und dieser Mädel heißt übrigens Maddie Siegler und die ist ähm schon von klein auf schon bei diesen äh Young Stars weißt du in Amerika wo sie alle schon ganz früh gepusht werden in die Richtung ist sie schon hat die schon immer getanzt und die ist so praktisch die Muße oder die die Protagonistin in den Videos von dieser Sia gewesen ach so das ist gar nicht Sia selber alles klar aber sie tanzt halt da und sie ist halt auch recht gut was sie tanzt und so weiter also sehr künstlerisch wir haben auf jeden Fall all möglichen Videos geguckt und ich fand's ähm unfassbar gut total also wirklich und ähm direkt danach habe ich ähm von James Blunt ein Video gesehen um in dieser emotionalen ähm Dings zu wiesen das ich weiß nicht wie er heißt Neuer auf jeden Fall Monsters Monsters James Blunt Monsters also zumindest sehe ich das gerade Official Video ja James Blunt Monsters Alter was ein Text also ich weiß nicht natürlich wahrscheinlich sagt jetzt jemand irgendwie kitschig oder weißt du also so eine Art ähm aber äh hat mich irgendwie berührt also so vom Text also im Groben singt er darüber dass ähm er bei seinem Vater sitzt und ihn wahrscheinlich verabschiedet oder sowas in der Art und ähm er sagt jetzt äh er ist jetzt der die Monster wegschiebt nicht der Vater der den kleinen Sohn beschützt weißt du so ja und äh krass also hat mich auch unheimlich umgehauen das Lied also von der von der Dings wahrscheinlich ein bisschen kitschig und äh man kann schon von dem Splunt halten was man will aber ich finde ihn auf jeden Fall guten Künstler und ähm der Text ist unheimlich bewegend irgendwie ja waren so zwei Videos die mich gerade in dieser Woche jetzt gerade vor kurzem zwei drei Tagen unheimlich beeindruckt haben ja aber das ist ja ein gutes Zeichen das ist ja wie gute Schauspielerei oder gute Musik wenn die einen mitnimmt ist ja immer meines Erachtens ein gutes Zeichen habe ich beide reingemacht ja das ist äh absolut wahr ja jetzt schaffen wir nicht viele Lieder und auch vor allen Dingen nicht viele Videos mittlerweile so eine so eine Emotion hervorzurufen ja das kommt damit auf an also jetzt bei den Monsters ist es halt so dass er schon von Anfang an da sitzt und und weint gleich er hat schon Tränen in den Augen genau und ähm ich sag mal normalerweise wenn man heult kann man nicht singen ja also das funktioniert nicht da weiß jeder dass die Stimme normalerweise bricht und das ist natürlich drüber gesungen aber was er singt und wie er singt klar das ist klar der Inhalt ist auf jeden Fall sehr cool ja zwei sehr emotionale Videos aber äh haben auf jeden Fall Eindruck hinterlassen ja war cool also das ist so dass ich habe überlegen gerade ob ich jetzt äh auf Anhieb einen Song wüsste aber heiklich nicht wüsste ich jetzt nicht wüsste wo 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 es mir ähnlich ging oder so die einen so mitnehmen ja also ich glaube dass es immer ein Problem ist ähm wenn man es nicht schuldigung wenn man es nicht versteht also die Musik ja also das ist ja oft man hat ja ich finde auch ähm man muss nicht Lieder verstehen um sie gut zu finden weißt du was ich meine also man muss den Text nicht verstehen das kann natürlich dazukommen ja aber es gibt auch Musik die versteht man so richtig ja ich hatte zum Beispiel ein Lied das ist auch featuring Sia gewesen ein französischer Sänger äh muss ich nochmal raussuchen ist auch so ein französisches Lied finde ich super geil die Melodie wie er singt voller Sehnsucht und Leidenschaft und so weiter und du verstehst halt kein Wort weil ich kann kein Französisch also ich spreche es halt nicht und deswegen verstehe ich da halt auch kein Stück ja aber ich höre halt die Musik und verstehe halt geil das ist halt äh äh die Klangfarbe wie du es schon vorhin gesagt hast die die macht viel aus beursacht dafür ja das ist ja auch das Problem warum so viele Leute gut singen können aber halt maximal ersetzbar sind weil sie halt nichts besonderes machen also deswegen hast du ja auch bei diesen ganzen Castingshows so viele Kandidaten die bestimmt super geil singen können und können diesen Song diesen berühmten so geil interpretieren ja es liegt halt nur mal daran dass der Song gut ist und vorher schon ankam ja und der Typ kann auch singen und dann klingt das halt in dem Moment gut aber du lässt du kannst ihn halt nicht verkaufen weil er hat nichts eigenes geschaffen er hat ja könnte als Coverband auftreten und das macht man in der Regel ja nicht außer heißt Heino und coverst eben Heino ja Heino hat das auch geschafft der hat ja das ganze Album hat der covered Coveralbum rausgebracht er hat spielt ja der singt ja da nicht auch Rammstein ja ja alles mögliche so du harst der rollt ja auch schon von Haus aus ja 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 wenn du sonst nicht mehr aufhältst dann aber ist doch gut ist doch cool eigentlich irgendwie irgendwie ist es cool weil die ganze die ganze Schlager-Szene an sich ist auch alles in meinen Augen habe ich jetzt gerne Name-Dropping bezeichnet damit wir wieder auf Twitter erwähnt werden wissen aber ist doch alles ein Lack das ist alles ja es ist ja oft Kalkül also es ist ja einfach Musik für einfache Leute sage ich jetzt mal so ganz böse aber es ist ja ja aber es ist ja auch okay wenn die Leute dabei Spaß haben und das abfeiern und aber merkst du doch dass das alles Geld mache es geht nur ums Geld weil Opa kauft sich halt oder Oma kauft sich halt auch noch die CD und so ein Null ja bei Bild-Zeitung und McDonalds ist das gleiche das fällt für mich in eine Schublade ja gut weißt du also das ist halt so das ist es gibt halt es gibt deswegen heißt es ja kommerziell weil es für die breite Masse ist und erreichbar ist natürlich reden wir da nicht von diesem besonderen Moment von dieser schauspielischen Leistung oder sowas in der Art sondern wird halt Fuck You Goethe Teil 5 gedreht ja oder wie auch immer diese Dinge oder Kartoffelsalat wie sie alle heißen oder oder Fast and the Furious 9 genau kommt jetzt ja auch hast du den Trailer schon gesehen? nee also das hat auch Null mehr was für ein Auto zu tun und es ist ja im letzten glaube ich im letzten Film war ein U-Boot wo ich mir dachte okay jetzt mach ich den Trailer mach ich jetzt aus da kommt ein U-Boot mit raus also ein Atom-U-Boot aus dem Eis ach wie lecker ja das war dieser wo sie diese riesen Stuntshow auf dem Eis gehabt haben ja und jetzt ist es hier quasi gleich nur irgendwie auf einer Südseeinsel mäßig irgendwie so aber alle wieder dabei ne alle zum Cash Grab stehen sie wieder da von vorne bis hinten Foxy Johnson Don Johnson der sowieso ich meine der ich mag den total Dwayne Mucky als Person ja aber gute Filme macht der ja auch nicht wirklich also der hat das mögen diese Jumanji neue Verfilmung die ist gut bewertet bei IMDb wo ich denke okay hast du sie gesehen? nein habe ich noch nicht gesehen ich habe das mal letztens so überdacht ne wir haben gerade haben wir gerade geguckt um mal in Themen müssen zu springen Stranger Things die Staffel 3 haben wir angefangen die ist schon länger raus und geht der auch mit? nein einfach um jetzt ich bin jetzt von Serien auf Filme bla ich habe einen Serientipp Dracula 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 super geil auf Netflix drei Folgen a anderthalb Stunden also prinzipiell sind es drei Filme weil sie so lang gehen super geil teilweise ein bisschen ja ist schon ein bisschen härter bei Dracula halt so von der Art aber auch einen unheimlichen trockenen und krassen Humor und ein schönes abgeschlossenes Ende ein sehr auch humorisch humorisch also ich fand ich habe es gefeiert also ich finde sogar persönlich die letzte Folge eigentlich die beste so okay also auch so einen schönen Abschluss und und tolle Charaktere auch der Dracula bespielt und super geil also man muss halt so ein bisschen Horror mögen oder nicht mögen aber gucken können sagen wir mal so also es sind halt so ein paar etwas ein bisschen ekligere Szenen drin und da darf man jetzt nicht so zart beseitet sein aber es ist immer noch im Bereich des Machbaren und gerade für eine Serie muss es ja auch einigermaßen ja cool das ist ein guter Tipp meine Frau mag Horror ja kann ich empfehlen Vampire jetzt das Ding sind wobei sie ja doch diese komische naja hat sie geglitzert ne das nicht das haben wir tatsächlich angeguckt einfach weil wir jetzt sagen können wir haben sie geguckt und so scheiße war es jetzt doch nicht ich habe jetzt den ersten auch gesehen das ist halt eine Liebeskomödie ist halt genau ich wollte gerade sagen es ist eine Liebes das ist halt da wird ganz hart gebissen mit ein bisschen Glitzer ne also das ist Tragler auf jeden Fall nicht das ist schon ein bisschen härter aber unheimlich geile Dialoge sehr modern also sehr die Dialoge sehr modern also es ist nicht so weißt du so nimmt sich nicht so ernst genau ja super geil also spielt es denn auch damals oder spielt es jetzt beides also die ersten beiden Folgen spielen damals und dann die letzte Folge spielt in der heutigen Zeit cool weil er halt ewig lang im Sarg gelegen hat ohne jetzt glaube ich das ist kein großartiger Spoiler ja weil Dracula im Sarg gelegen hat ne ja das ist in Ordnung vor 122 Jahren oder so ja cool ne also das ist meine Empfehlung drei Folgen ähm hat mich unheimlich beeindruckt war gut war gut war so ein bisschen ausgebrochen was anderes mhm ich hatte wir hatten auf Empfehlung von einer Freundin hatten wir uns angeguckt oder gucken wir gerade Sabrina kennst du kennst du früher diese Sabrina die neue kenn ich nicht und dann gibt es eine neue Netflix Auflegung ja da war nur ein Skandal weiß ich wegen der Kamera irgendetwas dass die Kamera mit zu viel Herz zu viel Wiederholfrequenz und den Leuten es schlecht geworden oder irgendwie so was in der Art ja tatsächlich in der ersten Folge war das so dass die Ränder war so dermaßen verschwommen in der Mitte war scharf aber ich hab meine Frau gefragt ob sie das auch sieht weil weiß man ja nicht ja ne die sieht sie auch aber das legt sich dann wieder und dann hört es auf aber es ist cool gemacht irgendwie ist ganz anders als als diese damalige Serie Null Null Komödie ein bisschen aber richtig schön düster richtig gut wirklich also musst du nicht mal die alte geguckt haben vielleicht besser so ja wenn du nicht gesehen hast ich hab mit der Frau hatte ich Dings angefangen Supernatural Supernatural die erste mit diesem Dean und Sam zwei Junge ja 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 und das ist halt es spielt halt so das ist glaube ich eine Serie von 2003 oder so hat es begonnen weiß ich jetzt gerade nicht also relativ jung noch und es ist teilweise also die ersten Folgen sind teilweise bis zu einer Träglichkeit so Teenie Zeug aber sie haben Dialoge und Folgen sind echt gut gemacht muss man sagen aber es ist mir ein bisschen langweilig teilweise es ist nicht schlecht aber ich bleib nicht so dran wie dort jetzt also Stranger Things Travel 3 ist auf jeden Fall wesentlich besser ja da musste ich auch mal reingucken das hab ich noch gar nicht ja du hast noch gar keine Stranger Things ne noch gar nicht nein ah ok ja ich find die gut Stranger Things ist auf jeden Fall so schön 80er 90er oder so also wirklich die Mucke wie unser Anfang ja 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 also deswegen die Mucke gefällt mir ja total ehrlich wie unser Intro so diese Art ja so ein bisschen ist ja da auch angelehnt hat der der Herr Gokane da für uns komponiert ne hat er nicht für uns gemacht aber er hat was gebaut was so klang und das haben wir da übernommen als 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 Intro perfekt ne das das war echt gut ja ansonsten hab ich ja ich hab nur ich hab diesen Kid Boca gesucht also puh es ist wirklich äh ja ne Menge ach und ich hab äh Dings gespielt ähm zwei Spiele die ich also ein Spiel was ich gedacht hab was ich nie spiele und ein Spiel was ich schon lange habe aber nie gespielt hab wirklich und zwar hab ich einmal gespielt Temtem das hab ich gesehen bei irgendjemanden ja ich glaub äh Koja macht das Koja hab ich's gesehen das ist so ein bisschen Pokémon ähnlich in anspruchsvoller in taktischer also also das war der Feedback aus dem Chat weil ich kenn ja Pokémon nicht deswegen kann ich das nicht beurteilen ja und das ist teilweise echt richtig komplex und dann züchtest du und äh guckst dann dass die besten Werte mit irgendwas zusammenkriegst und so ein Kram also das ist anscheinend das Late Game soweit bin ich noch lange nicht ja und ich kenn ja Pokémon also ich kenn Pokémon schon aber ich hab das halt nie so was ich irgendwie sagen könnte also über Pikachu kenn ich da nix weißt du so okay ähm das hab ich gespielt und ich hab im Spielekaiser sind wir einmal haben wir einen Abend äh in Star Citizen sind wir losgeflogen das hat mir Kaiser erzählt ja und aber es war Buggy hat er gesagt ja die Server sind unheimlich laggy also die wir haben dann also man kann im Hauptmenü irgendwie einstellen auf welchem Server man spielen möchte ja und ähm dort ist es so dass man sagen kann zum Beispiel Europa und dann sagst du natürlich ja ich bin ja in Europa natürlich wähle ich einen europäischen Server aus aber aber die waren halt laggy und wenn du dann halt auf Best Server oder sowas stellst dann sucht er sich halt den raus der am besten performt ja aber das so ein bisschen zu spielen und wir wussten eigentlich beide nicht richtig wie es geht und haben es dann doch geschafft das Raumschiff wohin zu fliegen zu starten zu starten und äh verschiedene Planeten zu besuchen und sind dann in so einer riesigen Stadt gelandet auf dem Planeten die so ein bisschen an Blade Runner erinnert weißt du mir zu riesigen Ja da gibt es auch einen Planeten der in der kompletten Stadt ist also der der komplette Planeten Ja also war ja wir sind oben auf dem Hausdach gelandet und haben äh verschiedenste äh Screenshots gemacht dort ich weiß also es ist einfach nur so ein bisschen das Erlebnis diese Reise gewesen also es war wirklich äh äh war super also cool ja es interessiert mich schon so ein bisschen auch muss ich zugeben äh weil ich jetzt keinen Bock habe so viel Geld auszugeben für für habt ihr mal Discord 1 der Screenshots da machen wir die Höhe der Stadt wo gerade die Sonne aufgeht ähm ja ja so viel ist also es geht ja ich glaube der Einstiegspreis liegt irgendwie bei 40 Euro oder sowas also aber hat man denn noch ein Flugzeug oder ja ja genau das sind so so Packs also wo man praktisch ähm ein Schiff kriegt und das Spiel gibt so Bundles sozusagen aber Schiffe muss man immer kaufen oder also mit Echtgeld kaufen richtig oder falsch wenn du weitere Schiffe haben willst dann kaufst du die ganz genau ja bitte ja aber es ist äh es hat eine unheimlich gute Grafik es läuft mittlerweile gut also wenn ich auf 60 FPS beschränke ist die Grafikkarte nicht mal maximal ausgelastet krass also kann man kann man kann man nicht meckern wenn man so ein bisschen Screenshots gemacht so ein bisschen du kannst die Kammer halt freistellen und dann geht das Raumschiff da und Spielekaiser hat anscheinend richtig ihr Geld investiert der hat damals anscheinend sie mehr ausgegeben ne er hat so ein Jäger und ich bin halt die ganze Zeit mit meinem Raumschiff geflogen was halt so ein Standard Starter Raumschiff ist Aorus keine Ahnung irgendwie so ein kleines günstiges was halt irgendwie transportieren kann was auch schießen kann also so ein Mix ist das so ein Allrounder und er halt den Fighter und dann bin ich bei dem an den Fighter eingestiegen erstmal ein komplett anderes Cockpit ist ja und dann hat das Ding Beschleunigung also mein Raumschiff hat irgendwie auf vielleicht 6G beschleunigt und seiner wenn du da richtig Schub gibst mit Afterburner hat er irgendwie auf 11G und dann mit dem Charakter wird praktisch schwarz vor Augen wenn er so voll also beengstigt das Sicht fällt weil er halt so Schub gibt also das Ding hat richtig ich bin das dann mal geflogen im Vergleich und hab dann ein Turbo gegeben weil er so Flyby Aufnahmen machen wollte der Kaiser weil du dann richtig so fliegst und dann vorbei und weißt du machst richtig Krach und das Ding hat ich dachte von mir so dunkel von Augen und dann gucke ich unten drauf die G-Anzeige und sehe irgendwie 11G und denke okay klar dass dem die Luft wegbleibt ja cool also so eine Features so eine Kleinigkeiten nenne ich es jetzt mal die sind doch fein das macht doch Spaß ja also bis jetzt ist das Spiel ja noch kein richtiges Spiel also es gibt schon Missionen jetzt du kannst so Mining betreiben also Erze farmen und Transportaufgaben erledigen und solche Sachen und allgemein halt so ein bisschen das Spiel erleben aber also es läuft gut mein Rechner ist nicht voll ausgelastet obwohl ich alles aufgedreht habe also gut mein Rechner ist ja auch nicht langsam aber 1080 gibt ja noch schnellere Grafikkarten ja ja sieht gut aus läuft mittlerweile auch ganz gut aber ich meine das überholt sich auch die Technik für dieses Jahr sind neue Grafikkarten angekündigt habe ich jetzt gerade gelesen und und wie heißen sie Dings 3000er Serie also statt was ich jetzt 1080 20 80 dann heißt es wahrscheinlich 30 80 achso nur nur vom nur von von Nvidia oder was ja ich meine jetzt speziell von Nvidia also die neuen Nvidia Karten und da gibt es halt neue die sollen dieses Jahr kommen die irgendwie dann es gibt ja immer dieses TikTok Verfahren ich weiß nicht ob das auch sagt also es gibt immer ein Tick und ein Tock also ein Tick bedeutet dass die Technik der Chips ändert sich also es ist nicht nur bei Grafikkarten auch bei Prozessoren also du stellst glaube ich wo sind wir jetzt 14 Nanometer oder wie es heißt also die Feinheit der Leiterbahn sozusagen und die 1080 20 80 die haben glaube ich auf dem gleichen Verfahren basiert Pascal Chip oh Gott ich erzähle jetzt wieder Halbwahrheiten egal und dieses Jahr soll die neue Generation vorgestellt werden ich glaube Mitte des Jahres und die sind dann auf 7 Nanometer heißt das Nanometer also egal die Dicke noch kleiner noch feiner und dadurch sollen so bis zu 70% schnellere Leistung rüberkommen gut wahrscheinlich sind es effektiv dann am Ende 30% oder 40% schneller aber wenn ich jetzt gucke ich habe die 20 80 ausgelassen weil jetzt wäre der Unterschied vielleicht 30% und dann wären es halt mit der neuen sind es dann halt wirklich dann sind es wieder die 100% weißt du wie du schneller wirst ich dachte eigentlich dass ich dachte eigentlich achso dass es gar nicht mehr kleiner geht von den Leitern her hatte ich auch mal gedacht dass man da am Ende oder ist das bei Prozessoren anders wie bei nee 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 meine ich nicht also behaupte ich jetzt mal im jugendlichen Leichtsinn dass das genau das gleiche Thema ist also geht ja einfach nur um die physikalisch machbare Dicke die herstellbar ist wie man dann da noch feiner wird keine Ahnung Hauptsache die Gatt läuft läuft und ist nicht so teuer wie die letzte Generation das finde ich ja schon ein bisschen ich kann mich noch erinnern als wir damals als wir Schnaf kennengelernt hatten den ehemaligen Streamer für die Leute die ihn nicht kennen der mittlerweile schon aufgehört hat zu streamen da weiß ich noch habe ich ja damals die 10.80 oder war das die 89 gekauft jetzt eine echt gute Frage ich glaube das war die 10.80 und die 10.80 hat ja dann damals so 7.800 Euro gekostet was ja schon so 7.800 Euro für eine Grafikkarte hast du Sprit gesoffen und jetzt die neuen kosten ja 1200 also die jetzt aktuell sind diese 20.80 oder so also das ist ja noch exorbitant höher wo dann auch bei mir halt hinter der Fahnenstange war aber wenn jetzt sagen wir mal Leistungszuwachs von 80% sagen wir mal rauskommt bei der nächsten also 10.80 auf 30.80 dann ungefähr diesen Leistungsschub hat kann man das schon machen also in Anbetracht auch dessen dass es ja Arbeitsmittel sind sozusagen du hast natürlich nicht Unrecht ja aber da habe ich schon wieder keinen Bock drauf also das nochmal irgendwie das schon wieder zu erweitern sozusagen und schon wieder aufzurüsten denn aktuell geht es ja noch aber ja es wird auch immer weitergehen um Gottes Willen also es kommt ja darauf an ob man die Spiele auf maximaler Leistung fahren will ich glaube die nächste Stufe ist halt dieses RTX also diese Reflektion ja genau und da musst du schon eine 20er haben und eine 20.80 ist halt nun mal mit RTX teilweise langsamer als eine 10.80 ohne also weißt du weil die RTX auch wieder Halbwissen aber die RTX Effekte diese Spielungseffekte ziehen halt so viel Leistung dass du halt diese Mehrleistung diese 30-40% die die bietet die 20.80 zu 10.80 halt aufdampft ja also das ist halt das Problem das ist halt du hast einen super Effekt und der verdampft halt deine ganze Leistung auf aber sind wir mal ehrlich also bei Auflösungen ich hab jetzt WQHD also 14-40er Auflösung ob du da jetzt Anti-Aliasing an oder aus hast siehst du stellenweise kaum also weil die Auflösung wieder so hoch ist dass diese Treppenbildung nicht so stark ins Gewicht fällt ja also eine Konsole hat auch kein super Anti-Aliasing an oder sowas in der Art im Vergleich zum PC aber sieht trotzdem gut aus weil du einfach verdammt nochmal drei Meter entfernt sitzt von einem von einem Fernsehbildschirm im Vergleich zum PC wo du halt direkt davor hackst weißt du also das ist immer eine Ansichtssache in dem Sinne stimmt ja und ich mein ein geiler RTX-Effekt oder eine noch bessere Auflösung oder da eine Spiegelung mehr die machen ja das Spiel nicht besser also das muss ja auch das Spiel dann hergeben es gibt halt die Beleuchtungseffekte sollen halt so krass sein da hast du schon mal ich find halt Minecraft dann schon ansprechend muss ich zugeben aber das kriegst du ja jetzt schon hin mit den entsprechenden Shadern sieht Minecraft genauso aus aber es ist doch nicht das ja aber ja ja ich weiß schon was du meinst ich kann das nachvollziehen aber das kannst du jetzt auch schon machen also kannst Minecraft jetzt auch schon hübsch spielen ja ja vielleicht spielst du mit mir L-Craft real L-Craft das ist ein Minecraft Mod ach so super Hardcore Mod wo dich alles und jeder killt super geil ich find's anspruchsvoll es ist praktisch das Escape from Tarkov vom Schwierigkeitsgrad unter den Minecraft Mods ist halt wirklich mit Rachen und alles was dich killt kann man auch hübsch spielen na wir werden sehen kam übrigens jetzt in letzter Zeit oft die Frage ob wir mal wieder was zusammenspielen würden ja ich meine wir machen ich hab erklärt dass du jetzt halt ne Solo Karriere anstrebst und ja da ist keine Zeit kann ich mich näher auf so eine Kacke mit dir konzentrieren wir spielen noch zusammen wir spielen hier zusammen Podcast ne ich meine das ja auch also ich finde auch wir könnten mal wieder irgendwie aber ich finde aktuell haben wir echt Mangelung an so Spielen die die dementsprechend auch sein könnten gehe ich absolut d'accord also ich kann ja mal sagen wie ich es verargumentiert habe im Stream warum wir letzte Zeit nicht zusammen zocken ist A dass du ein Solo Let's Play angefangen hast was täglich ne 30-40 Minuten Folge bringt das braucht natürlich viel Zeit inklusive Schnitten und Hochladen und so weiter und dass einfach auch nicht das Spiel da ist was einen Moment vom Hocker reißt also jetzt vielleicht das Arc Addon was jetzt kommt also da werden wir ja zumindest werden wir damit anbeginnen und ich hoffe vielleicht wenn wir das mit Koya und ich weiß nicht ob Streaming Streaming dann da mitmacht mit Streaming kennen sie nicht mit Queen Nerdy Dala oder oder von Koya war da auch jemand würde mich schon freuen so ist ja nicht also ist ja wirklich so aber das ist jetzt nicht das gleiche wie wenn wir was zusammen aufnehmen das muss man halt auch sehen das stimmt ja das stimmt auch also ich habe auch schon gesagt da haben wir auch nur so Streams angedacht meine ich ja wenn Stranded Deep kommt als richtiger Multiplayer also wo das Ganze spielbar ist das ist ja gesetzt ja genau und ah apropos wo wir gerade bei Spielen etc. pp. sind Starbase kam ein neues Feature Video endlich jetzt gerade im Januar 2020 kam ein neues Starbase Video was ist los mit dem Algorithmus ja hat er nicht eingespielt genau was wird da auf Planeten laufen und auf Planeten rummachen und bla 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 also es ist nicht nur Weltraum es ist also es besteht Hoffnung dann gucken wir uns das gleich mal an das können wir gerne tun ich kann ja schon mal jetzt läuft das Video von alleine ich kann ja schon mal das Video in unsere Podcast Empfehlung rein hauen auf jeden Fall gab es endlich mal wieder ein Update und man sieht dass die Protagonisten dort auf einem Planeten anscheinend landen und ja und dass anscheinend auch Planeten dazukommen was jetzt natürlich spielerisch nicht Oberarbeit haben wir nie gesehen Planeten begehen weißt du sowas ist es natürlich nicht aber es lässt zumindest hoffen dass da noch was hübsches kommt ja Serienempfehlung mit reingenommen äh nicht Serienempfehlung unsere Linkempfehlung ja das habe ich gesehen das habe ich noch gesehen wollen wir direkt übergehen also wir sind jetzt bei wir könnten ja eine Stunde zwei so kommt mit dem Cut ungefähr plus minus komm lass uns in die YouTube Geschichte ich habe mir eine Art von Videos angeguckt Acts of Kindness ja sagt man was ja sollte man auch nicht weil wir heute bei emotionalen Heulerei waren sollte man sich nicht angucken sowas Act of Kindness also Kindness ist ja die Nettigkeit oder Kindness ist glaube ich nett sein Acts of Kindness also Videos in denen es gut war und äh ja waren so alles so Videos äh ach wo so ja Humanität geht sozusagen wo der Mensch oder einfach rührende rührende Momente das ist natürlich echt cool ja ja war echt schön also es ist ja auch wir hatten uns ja mal diese äh Win Compilation angeguckt kannst du dich vielleicht erinnern ja und ähm irgendwie ist es schön von diesem Fail und weißt du so wegzukommen und sich dann sowas anzugucken im Vergleich auch wenn es da ein bisschen Herzschmerz ist aber so Videos wo ein Sohn der seinem Vater zum Geburtstag schenkt die Adoptivpapiere dass er ihn adoptieren kann weil er ja eigentlich nicht der echte Sohn ist weißt du und so ein Kram ach cool ja das finde ich schön ja sowas habe ich mir angeguckt ansonsten gehe ich mal gerade so ein bisschen durch ja es hat dieses ganzen Scammer Dinger da durch Kid Boga äh animiert diese ganzen Dinge anzugucken ähm ich habe hier noch geguckt Trailer Compilation Top Gun will ich gucken im Kino hätte ich auch Bock drauf irgendwie keine Ahnung sowas wo ich wo ich Bock drauf habe hier Varion ne ist bald kratzt eine Million er ist bei äh 900 900 warte ich mache mache an gemütet habe ich ich pausiere 941.000 hat er wow ja er hat auch Zweitkanal wie wie weit wird es gehen mit ihm was meinst du also ich bin Junggeschafter locker ja also da machen wir jetzt aber geht es weiter ja ist halt die Frage also ich ich habe so ein bisschen das Gefühl wenn der jetzt irgendwie rausgehen würde aus diesem YouTube Kosmos und da seine Comedy Videos macht und geht dann in einen ernsthaften Bereich also irgendwie Comedian oder sowas dann wird er wahrscheinlich verheizt also ich ja 100% das hoffe ich mal nicht dass der dass der also für ihn ne dass er dass er sich da verändern will oder so sondern einfach weitermachen erst mal erst mal erst mal ne liefern ja ne aber der würde ihn 100% ich würde den ganzen den ganzen Hype zerstören wenn er jetzt ich habe noch ein Video also wenn du nicht willst du nicht auch mal irgendwas so willst du auch mal was sagen ob ich auch was sagen will ich spiele in letzter Zeit so viel Tarkov natürlich dementsprechend wieder ganz viele Tarkov Videos so ein Scheiß immer kannst du dich noch an das Video erinnern Tier Down Game dieses was mit sehr realistischen Physik und Video Effekten so ein Voxel Spiel ja ja wo man die Stadt irgendwie sich einen Weg freischlagen musste wir haben uns in einer der sehr frühen Folgen von die zwei haben uns darüber unterhalten ja von einem Entwickler der ein Spiel gemacht hat ein Spiel am entwickeln ist ähm bei dem man ähm in einer Stadt verschiedene Alarmsysteme relativ zeitnah ineinander aktivieren muss und da muss man sich einen Weg durch diese Stadt schlagen es ist unheimlich schwer zu beschreiben also ich glaube du hattest das rausge ähm ich hatte das gefunden irgendwo äh der Typ kam von hundertsten ins tausendste und hat dann auf immer hatte er da ein Spiel stehen und dann hat er hat er ja überlegt wie kann er denn mit dieser Engine nee eine Engine oder so was hat da stehen gehabt wie kann er denn damit ein Spiel bauen und dann hat er sowas gemacht und das ist sozusagen du hast eine Karte vorgegeben die ist jetzt nicht mega groß äh aber alles ist beweglich und zerstörbar oder irgendwie manipulierbar und du hast verschiedene Punkte auf diese also ich nenne es jetzt mal so ein Städtchen oder so wo es so Karten gibt so äh ich nenne es jetzt mal Keykarten ich sag immer ich nenne es jetzt mal in letzter Zeit so Keykarten und wenn du eine anfasst dann hast du eine Minute Zeit oder hast du eine gewisse Zeit bis äh die Polizei eintrifft und bis dahin musst du alle Karten eingesammelt haben und am besten und geflüchtet sein so Punkt genau genau ich hab mal die ich hab mal die Webseite verlinkt einfach um wie kommst du jetzt wieder auf den ich hab ein Video geguckt ich war hier gerade echt am überlegen ob ich den verlinken soll der heißt irgendwie 2k klicks philip oder sowas 2klicks philip weiß ich nicht ähm ist ein Kanal den hab ich auch schon länger nicht als Abo geguckt sondern immer mal so ein Video von dem der hat zum Beispiel Red Dead Redemption in 13 Minuten und so weiter drin ähm und der hatte auch dieses ähm ja dieses Spiel ähm ähm Advanced Destruction vorgestellt also der hat praktisch den Entwickler vorgestellt die Geschichte davon ich glaub ich verlinke ihn trotzdem dann können die Leute nämlich auf dem Kanal ähm können die sich praktisch über das Spiel weiterhangeln weißt du aber in der Videobeschreibung steht die Webseite tierdown.com und ähm außerdem können sie sich auch die anderen witzigen Videos auf dem sein Kanal angucken weil ich finde den Typen eigentlich echt ähm gut deswegen würde ich mal dieses Video verlinken weil das ist nicht vom Entwickler selber sondern halt von diesem äh Typen der echt gute interessante Videos macht sehr wenige aber dafür coole Videos und ähm ja ich finde das passt ganz gut dann können wir das andere rauslassen dann können die sich über die Videobeschreibung weiterhangeln ja also das ist wirklich eine Empfehlung wert es per Voxel hat er Beleuchtungseffekte und sehr sehr realistische Zerstörung also wird dargestellt unfassbar gut sieht das aus ich hätte Bock das auszuprobieren aber es dauert wohl noch weil es in der ersten Hälfte 2020 erscheinen soll in der ersten Hälfte ja von 2020 im Zweifelsfall sind es noch 5 Monate in dem es dann erscheint keine Ahnung ich habe schon mal überlegt den anzuschreiben dass man sich mal bekannt macht und ähm ja tear down spielen ich habe ein Video von bei mir mhm das heißt why are Japanese car guys missing fingers ok es gibt so einen Typen äh ein Amerikaner der lebt in Japan und hat da einen YouTube Kanal und da geht es halt um Primär um YouTube Autos und du willst die Asiaten speziell die ähm Japaner sind da halt krass was das angeht irgendwie die haben die die ziehen dem Hamster die Hosen aus sozusagen es geht um Tuning Autos es geht darum war erklärt warum manche von diesen Leuten halt wirklich einen halben Finger also denen fehlt dann immer sozusagen ein Knochen von dem Finger haben sie einen Turbolader gegriffen ne das hat was mit der Jakuza und der Mafia zu tun ah was echt ja ja genau ok krass und äh wenn du Scheiße baust dann und ja das kennt man ja das so als Selbstbestrafung genau Selbstbestrafung Selbstbestrafung dann musst du dir den Finger abschneiden und dann gibt es da Leute die laufen halt so rum und dann wirst du der ist hundertprozentig ist ein Gangster halt so ne der hat halt also der kleine Finger ist schon weg und der 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 Ringfinger da fehlt schon die Kuppe sozusagen der hat halt vier Fehler gemacht sozusagen ja verstehe ist halt ein schönes Video wie er das erklärt und so und wie er da auf die erkannte da welche und kam jemand zum Besuch und wollte die kennenlernen und so ja und dann wird es halt irgendwie ein bisschen krass also alles in Ordnung aber dann sieht man mal wie die gilt wie die Welt so funktionieren kann ja und ich habe ein Video das nennt sich übrigens der Kanal heißt Variety und die Serie heißt Actors on Actors oder so also die Serie heißt schon so so Punkt und das ist so in dem Fall Brad Pitt und Adam Sandler unterhalten sich 50 Minuten unterhalten sie sich einfach und das ist so dermaßen interessant weil die natürlich irgendwie aus dem Nähkästchen plaudern ja total und ja wie ist da und so und hier und da und es ist total cool und da gibt es ein paar solcher solcher Videos Chris Evans hier Captain America und Scarlett Johansson oder sowas ist total interessant vor allen Dingen halt so so auch unterschiedliche Leute die sind gleich berühmt irgendwo aber für andere Sachen und die kennen sich nicht wirklich und lernen sich denn in diesem Gespräch kennen und das finde ich halt echt interessant okay Variety Actors and Actors gibt es ein paar Actors and Actressen ja genau halt den Schnurz ja cool ich glaube wir haben jetzt ordentlich was in den in den Pool geworfen in den Pool geworfen an Themen und bin gespannt was du gerade gleich für einen Satz draus zaubern wirst haben wir einen kurzen haben wir einen kurzen einen kurzen kannst du haben das war Freiner Schnauze Nr. 17 mit diversen Themen Krankheiten YouTubern emotionalen Liedern Serien und am Ende gab es noch eine Menge YouTube Links zum Anschauen ich hoffe es hat euch gefallen diese Folge wir wünschen euch eine entspannte Woche kommt gut rein bleibt vor allem gesund nachdem ich jetzt zwei Wochen flachgelegen habe kann ich das nur an erster Stelle wünschen weil ich bin lieber gesund als krank auch wenn man mal ein bisschen Freizeit hat um so einen Quatsch im YouTube zu gucken ist es trotzdem schöner fit zu sein und den Tag gestalten zu können und ja von daher viel Gesundheit und bis zum nächsten Mal ähm herzlichen Dank meine Damen und Herren auch von meiner Seite bis dann ich bin ich linke bis dahin bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal